Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Sie wird dir nicht gefallen, aber ich brauche eine klare Antwort. Und? Hatte Claire eine Affäre? Ist das deine Frage? Meine Frau ist tot und du kommst her und … Wusstest du davon? Meine Frau wurde ermordet! Und du kommst her und fragst mich, ob sie eine Affäre hat. Eddie. Eva hat gesagt, Claire erhielt geheime Anrufe. Und das hier war in der Truhe, versteckt. Gib es mir. Das geht nicht. Gib mir das. Was ist passiert, Eddie? Handy! Sie war meine Schwester! Ja, meine Frau! ultimately am der